Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Heute ist wieder Loot Chess Zeit. Jawohl, ihr wisst ja, einmal im Monat packe ich in Zusammenarbeit mit Game of Thrones Germany, der Facebook-Seite, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt, die Loot Chess aus. Ja und diesmal ist sie eingedrückt. Mal gucken, es wird nichts fehlen, da kann eigentlich nichts rausgefallen sein. Ja, aber wir schauen mal, was uns da so einfach ist. Ich schneide das mal auf. Haben wir es mal ein bisschen anders aufgeschnitten, sehr schön. Jetzt kriegst du hier noch nicht auf, ne? Ach ja, einmal mit Profis. Wie viele Jahre mache ich das jetzt? Ich weiß gar nicht. Unzählige, unzählige Jahre und immer noch gibt es so Probleme beim Aufschneiden manchmal. Ja, kann es mal sehen. Ja, wir fangen mit dem T-Shirt an. Das ist immer eine gute Idee, mit dem T-Shirt anzufangen und bei Loot Chess wie gewohnt in dieser wunderbaren Plastiktüte, die ihr für viele schöne Sachen wiederverwenden könnt. Ja, also nicht den Müll damit, sondern benutzt die irgendwie als Verpackungsmaterial für irgendwelche Pakete, die ihr packt oder weiß ich nicht. Packt da andere Sachen rein, also schmeißt die nicht gleich weg. Und ihr packt das T-Shirt da wieder rein, dann ist das immer frisch, ganz frisch und weich. Ja, außer ihr habt es getragen länger. Dann ist es vielleicht nicht mehr in die Tüte backen. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Motiv. Ich gucke mir das erstmal selber an. Was ist denn das? Aha. Aha. Es ist... Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Es scheint ein Crossover zu sein, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er sieht so ein bisschen Yoda-mäßig aus und im Hintergrund ist er auch sowas wie so ein Todesstern, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall, ne? Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Ich kenne es nicht. Das ist... Das haben wir selten, oder? Dass ich sowas gar nicht kenne, dass ich sage, hä? Das sagt mir überhaupt nichts. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle vorm Monitor sitzen und sagen, äh, weiß doch jeder. Das kennt doch jeder. Ne, ich kenne das nicht. Tut mir leid. Ich weiß ja nicht Bescheid. Ja, äh, aber ähm, es sieht gut aus. Es gefällt mir tatsächlich. Ich finde es schön. Ich mag auch den Druck. Das ist sehr schön gedruckt. Ich finde den Schriftzug super. Alles... Ich finde das super. Insgesamt sieht es toll aus. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber vielleicht finden wir das noch raus. Bevor ihr schreibt, bevor ihr kommentiert. Leute, wartet ab. Ich habe da ein Lootbook drin und werde dann vielleicht rausfinden, was das ist. Ja, also jetzt noch nicht mit mir schimpfen. Erstmal abwarten, ob ich es vielleicht doch noch selber irgendwie ermitteln kann. Aber ich finde es schön. Es ist ein schönes T-Shirt. Und ich meine, wenn die Plastiktüte eins macht, ne? Die T-Shirts von Lootchest sind, wenn sie hier ankommen, immer warm. Keine Ahnung, ob die da noch so ein bisschen... Weiß nicht. Das ist die Liebe. Das ist die Liebe, die Lootchest... Ich weiß es nicht genau, aber ich finde das immer schön. So, was haben wir als nächstes? Ach ja, guck mal. Ist schon wieder Weihnachten. Wir haben Socken. Harry Potter Socken. One size fits all. Außer wenn ihr kleine Füße habt, dann passt ihr hier nicht rein, weil die sind, glaube ich, relativ groß. Socken. Ein paar. Aha. Ja. Ein paar Socken. Mit der wunderbaren Brille von Harry Potter drauf. Und witzigerweise, ne? Früher hätte ich immer gesagt, ja, Socken. Aber inzwischen denke ich mir, ach cool, Socken. Das passiert scheinbar automatisch, wenn man älter wird. Dann hat man da kein Problem mehr mit, ja? Findet Socken immer schön. Ähm, ja. Ist okay. Es sind einfach Socken zu Harry Potter. Was soll ich dazu sagen? Socken zu Harry Potter. Ist nett. Ist nett. Na? Kann man sicherlich gebrauchen. Das ist jetzt nichts, wo ihr sagt, äh, furchtbar, ganz schreckliches Item. Ja, es sind halt nur Socken, ich weiß. Aber es ist ja auch nichts, was man irgendwie, ähm, egal. Reden wir nicht über die Socken. Reden wir über diese Tasse. Ja. Tatsächlich, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir haben länger nicht so wahnsinnig viele Tassen mehr in den Lootboxen gehabt, oder? Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich gefühlt jeden Monat geschimpft habe. Schon wieder ein Becher, schon wieder eine Tasse. Was wollen wir damit? Und jetzt haben wir hier mal eine Tasse und die ist ziemlich cool. Ich finde die optisch ziemlich ansprechend. Jawohl. Und zwar ist das eine Venom. Tasse. Mit dem Spider-Man-Venom-Symbol sozusagen. Das ist ja, ne? Finde ich sehr schön. Es ist natürlich keine komplett schwarze Tasse, äh, Tasse. Ja? Tasche? Wieso Tasche? Ich lichte mir manchmal ein bisschen. Ähm, sondern es ist halt eine, äh, eine eigentlich in weiße, die halt eben diesen Komplettdruck hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ja? Finde ich gut. Das sieht interessant aus. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn sie komplett schwarz gewesen wäre, nur mit dem weißen Aufdruck. Das hätte auch für mich funktioniert. Aber so funktioniert es auch und die finde ich eigentlich ganz cool. Und da wir länger keine Tasse gehabt haben, ja, ähm, ist das auch mal was, wo ich jetzt gar nicht schimpfen will. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht hatten wir erst Tassen und ich habe es nur nicht bemerkt irgendwie oder habe gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, wir haben länger keine Tasse gehabt und das finde ich schon relativ cool. Aber wenn ich was zu meckern habe, dann, es ist halt schon wieder einfach nur Marvel und das ist schon wieder einfach nur Harry Potter. Ja, wenn jetzt hier noch was zu Star Wars drin ist, äh, falls das jetzt nicht zu Star Wars ist, das weiß ich gerade noch nicht, dann haben wir wieder die Stereotypen alle erfüllt. Und ich weiß, das ist bei Luchess immer so die Sache, ne? Das wird ja auch gefordert. Ich sag's auch immer wieder, in den Umfragen werden genau diese Dinge gefordert, die Standard-Franchises. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass Luchess da gar nicht so ausbrechen kann. Weil wenn sie ausbrechen, dann gibt es immer auch Schimpfen. Dann schimpfen die Leute und sagen, äh, da konnte ich jetzt gar nichts mit anfangen mit dem Franchise. Und das macht es dann für Luchess auch immer ein bisschen schwer. Das ist dann, ja, da stellt man sich das eigene Bein. Und man muss natürlich seinen Kunden auch das bieten, was man will oder was die Kunden wollen. Und dementsprechend bleibt da gar nicht viel übrig für irgendwelche speziellen, ähm, ja, Veränderungen. Also sie können gar nicht so viel anders machen, als das, was sie machen. Von daher ist das natürlich auch immer ein bisschen gemein, wenn ich mich ein bisschen darüber, äh, fast ärgere, dass es immer die Standard-Franchises sind. Obwohl ich die ja auch mag. Ich mag Harry Potter, ich mag Marvel, ich mag DC, ich mag Star Wars. Ja, nur irgendwann hat man halt die Butze voll mit dem Quatsch, ne? Ähm, wir haben hier ein Mini-Escape-Game. Das wird ein Gratis-Beigehabe-Zettel sein. Einfach, das ist einfach so mit drin. Und da könnte halt ein, äh, ja, da ist halt so ein, der spanische Friedhof ist hier drin. So. Dann gibt es wie immer die Postkarte. Postkarte? Äh, von Inner Focus Boxing. Aha, aha, aha. Weiß ich auch gerade nichts mit anzufangen. Sieht aus wie Groot, wird aber wahrscheinlich nicht Groot sein. Das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwie so ein Pokémon, oder? Ist das so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Ist halt wieder eine dieser Standard-Postkarten. Was ist denn diesmal los, dass ich so viel gar nicht kenne? Interessant. Und dann sage ich noch hier Standard-Franchises, ne? Aber... Gut. Hier jetzt haben wir auf jeden Fall was, was kein Standard-Franchise ist. Und dann gibt es ja noch was Kleines. Machen wir erstmal das Kleine. So, ha, weggepottet. Habt ihr gar nicht mitgekriegt. Und, ha, Standard-Franchise. Star Wars. Natürlich. Kleine Box ohne Harry Potter, ohne Marvel und Star Wars. Ha, 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 ha. Guck mal, was das ist. Das ist eine kleine Mini-Blindbag. Und da ist irgendwas Kleines, Niedliches drin. Und erst dachte ich, es wäre Snoopy, als ich das ausgepackt habe. Es war ein bisschen aus wie Snoopy. Ähm, das sind Rollins. Aha, Rollins. Ja, und so sieht das Ding aus. Sieht wahrhaftig ein bisschen aus wie Snoopy, oder? Es ist auf jeden Fall ein Trooper. Hier so ein Hoth-Trooper ist das, glaube ich, ne? Und das ist ein Rollins. Den kann man irgendwo hinstellen und dann wackelt der so. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ja, ist ein kleiner, ist ein kleiner, niedlicher Artikel. Ist ein kleiner Füller-Artikel. Schön, dass er da ist. Schön, dass er da ist. Jetzt nichts Besonderes. Schön, dass er da ist. So, und dann kommen wir zum Schluss. Da haben wir ja nämlich noch was zu Stranger Things. Und zwar haben wir... Ich wollte sagen, ist ja falsch rum. Nein, das ist ja klar. Das ist ja das Upside Down. Ha, clever. Du kannst das spielen, wenn du... Ja, was ist denn das? Wofür steht denn das? Das steht fürs Alter wahrscheinlich, ja? Du musst mindestens zehn Jahre alt sein, um das spielen zu können. Du brauchst 20 Minuten Zeit, um das spielen zu können. Und du kannst das zwischen vier und zehn Leuten spielen. Also, du brauchst mindestens vier, also drei andere Leute noch. Attack of the Mind Flayer. So, ja. Auf der Rückseite können wir sehen, was alles drin ist. Das ist praktisch, dann muss ich es nicht öffnen. Na, ich würde euch wahrscheinlich dann, wenn ich es öffne, dann werden die sowieso noch einzeln wieder verpackt. Und dann würdet ihr gar nichts sehen, sondern nur einen verpackten Stapel mit Karten. Das ist natürlich dann auch Quatsch. Ja, das ist ein Kartenspiel mit so Buttons von den verschiedenen Charakteren. Wir haben hier Eleven. Wir haben hier Dustin. Wir haben Max und wir haben, ich glaube, Lucas ist es. Genau. Und dann gibt es halt verschiedene Karten. Genau. Inhalt 70 Karten, zehn Charakterplättchen und eine Spielanleitung. Das heißt, die Main-Charaktere werden alle da sein. Ein schnelles, innovatives Bluff-Spiel voller überraschender Wendung. Ich frage mich, ob das Spiel dann außer den Grafiken dann auch viel tatsächlich mit Stranger Things zu tun hat. Na, das wäre halt schon schade. Weil, ich meine, gut, die Karten, da ist natürlich der Mind Flayer drauf und so wäre halt wünschenswert, wenn dann auch so ein bisschen Geschichte von Stranger Things mit drin steckt. Aber gut, warum nicht? Ist ein witziges Ding. Ich finde sowas super cool. Es ist ein Franchise, das wir nicht ganz so oft sehen, obwohl Stranger Things natürlich super beliebt ist und so. Und wir warten ja jetzt alle sehnsüchtig auf die letzte Season. Finde ich einen coolen Artikel. Ist für mich ein Highlight. Finde ich super. Gefällt mir. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight aus der Box. Und ich bin gespannt, welches das Plus-Item sein wird. Entweder die Tasse oder das Spiel. Ich vermute mal die Tasse. Genau. So. Beim T-Shirt steht nur, wer hat Angst vor Toneberry? Sorry, das kenne ich wirklich nicht. Ist das irgendwie gerade ein aktuelles Game oder so? Ich verstehe es nicht. Sorry, also da bin ich wirklich tatsächlich mal raus. Da könnt ihr jetzt, jetzt könnt ihr in die Kommentare schreiben, Mike, du weißt doch, äh, kennst doch wieder gar nichts, ne? Toneberry ist so und so. Und dann sage ich, ach Mensch, das ist ja interessant. Aber in der Zwischenzeit, ihr kennt mich, ich werde das, bis ihr das Video hier seht, habe ich das schon längst nachgeguckt. Aber danke schon mal für die Kommentare und für die Belehrung, was es dann ist. Finde ich gut. Das Brett-Spiel, achso, das T-Shirt kostet 19,95. Das Brett-Spiel kostet 16,95. Das ist cool. Dann haben wir die Box locker schon raus mit dem T-Shirt und dem Dings hier. Also sogar mit dem T-Shirt haben wir es ja eigentlich schon raus. Aber hier haben wir sogar schon dann mehr oder weniger ein Plus gemacht. Die Socken kosten 7 Euro. Ja, ist ein Franchise-Socke, ne? Das ist halt so. Die kosten sowas. Ich kaufe meistens Socken im 10er-Pack für, weiß ich nicht, für 10 Euro oder so. So. Das Rollins von Star Wars ist eine Gratis-Beilage. Ja, absolut okay. Ist ein kleines, süßes Ding. Es ist ein Star-Wars-Artikel. Finde ich super, dass sie das gratis reinlegen. Finde ich erst recht super, weil die kosten ja normalerweise auch ein bisschen was. Die Postkarte ist ebenfalls ein Gratis-Artikel. Auch die kostet was in der Herstellung. Ja, täuscht euch da nicht. Ich finde das sehr nett, dass Luchess die immer als Gratis-Artikel mit reinlegt. Aber technisch gesehen stimmt das natürlich nicht. Also, na, das ist so eine Cross-Promo, weil die halt ihren eigenen T-Shirt-Shop hier, die T-Nerds da sozusagen dann mitbewerben. Und dementsprechend wird das dann als Gratis-Beilage reingelegt. Aber selbst wenn die für einen Euro drinstehen würde oder für einen Euro 50, würde ich nichts sagen. Das wäre absolut okay. Und auch hier hätte ich jetzt gesagt, wenn ein Euro drin gestanden hätte oder 1,99. Wobei 1,99 schon fast wieder zu teuer ist. Das sind so Euro-Shop-Artikel hier. Escape Game steht gar nicht mit drin. Das ist halt eigentlich nur eine Werbung. Von daher auch sehr, sehr cool. T-Shirt habe ich schon erwähnt. Bleibt der Becher. Die Tasse. Und das ist natürlich das Plus-Item. Und es hätte verschiedene Varianten gegeben. Ich habe jetzt den sehr, sehr coolen von Venom. Andere hätten eventuell hier, könnt ihr sehen, es gab zum Beispiel noch den Captain America auch in dieser Variante mit Schwarz-Weiß. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Der Artikel kostet 12,95. Finde ich für einen Becher schon grenzwertig hoch. Wenn ich einen Becher in meine Lootbox pack, kostet der auch immer so 10, 12 Euro im VK. Das liegt aber auch daran, dass ich da nur eine gewisse kleine Mini-Anzahl von produzieren lasse. Die gibt es dann auf der Welt gar nicht mehr als das. Und das hier ist natürlich ein Massenartikel. Da ist der Preis natürlich dann schon relativ hoch gewählt. Da hätte es wahrscheinlich auch 8 Euro getan oder ein 10er. Aber alles wird ja teurer und dementsprechend ist das halt so. So, was haben wir hier? Nerdige Duftkerzen, die ihr bestellen könnt. Jo, okay, das könnt ihr ja gerne machen. Dann haben wir hier das T-Shirt als Poster wieder mit drin. Das ist auch immer ganz nett. Und ihr könnt natürlich im Loot-Chest-Shop euch umgucken, falls euch irgendwas interessiert. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link einfach nur zur Loot-Chest-Seite. Das ist jetzt kein Raffle-Link oder sonst was. Da habe ich nichts davon, wenn ihr da bestellt. Aber ihr könnt euch da eine coole Box bestellen. So, und natürlich Game of Thrones Germany. Da dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Ist ja jetzt bald wieder House of the Dragon-Zeit. Und dementsprechend ist da auch immer ein bisschen Interessantes an Informationen zu finden. Und da könnt ihr gerne mal ein Like dalassen, dass ihr dann auch nichts verpasst mehr. Jo, und das war's. Das war's von mir. Ich bin zufrieden. Ich finde die Loot-Chest ganz interessant diesmal wieder. Ja, ein paar Standard-Franchises. Ein paar Sachen, die ich jetzt tatsächlich mal nicht kenne. Das ist ungewöhnlich. Von daher freue ich mich drüber. Achso, bei der Postkarte habe ich gar nicht nachgeguckt, was das ist. Steht jetzt nichts bei. Aber es sieht aus wie eine Mischung aus Groot und einem Pokémon. Aber keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich jetzt auch nicht. Auch da dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Generell dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr die Box? Hat es euch gefallen? Hat es euch jetzt nicht gefallen? Gute Items, nicht so gute Items. Und ansonsten immer gerne wieder anschalten. Ich freue mich beim nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Nicht verpassen. Gibt garantiert coole Videos. Und ja, was soll ich sagen? Da schwafle ich eigentlich rum. Alles klar. Dann werde ich jetzt mal gucken, ob es Neues gibt von unserem... Egal. Ich bin raus. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so. Das Ende vom Video. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike. Das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja. Das war es jetzt. Tschüss. Tschüss.